Prädikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Fischstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Prädikatsexamen-Podcast. Wir schnacken gar nicht lange rum heute, sondern starten sofort in die Folge. Danke, aber eine Ankündigung möchte ich gerne noch machen. Und zwar, wenn du den Podcast heute hörst, am Montag, da wo er rausgekommen ist, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, dich bei dem Power-Workshop von Dr. Anja Schäfer, meinem heutigen Gast, anzumelden. Der geht morgen los und da erfährst du in drei ganz intensiven, kostenlosen Sessions, wie du als Juristin Karriere machen kannst. Also, wenn dich das interessiert, dann schau unbedingt auf dem ersten Link in der Videobeschreibung nach. Da kannst du dich kostenfrei anmelden. Und genau, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Dr. Anja Schäfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prädikatsexamen-Podcasts. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. Und ich habe heute hohen Besuch Dr. Anja Schäfer. So schön, dass du da bist. Hallo Anja. Vielen Dank für die Einladung, liebe Tara. Und ich fühle mich natürlich geehrt, dass ich als hoher Besuch angekündigt werde. Ja, definitiv. Du bist für mich, also seitdem ich mich in dieser Jura-LinkedIn-Welt rumtreibe, wirklich so ein heller Stern am Himmel, weil man nicht so, weil du so sichtbar bist und mich in den Themen auch total begeistern. Denn du bist Rechtsanwältin, aber mittlerweile vor allem tätig als Business-Coach-Trainerin und Expertin fürs Netzwerken und für Female Leadership. Magst du uns mal kurz in deine Welt holen, was ist so dein aktueller Tätigkeitsschwerpunkt? Den hast du wunderbar schon kurz erwähnt. Also ich bin Dr. Anja Schäfer. Ich bin Karrierementorin für Juristinnen. Das sehe ich sozusagen als meinen Arbeitsschwerpunkt. Darüber hinaus bin ich natürlich noch Business-Coach-Trainerin und ich bin auch als Rechtsanwältin zugelassen. Ich habe acht Jahre lang in einer großen mittelständischen Kanzlei unter ausschließlich Jungs gearbeitet. Also ich hatte nur Chefs damals, sodass ich ein männlich geprägtes Arbeitsumfeld sehr, sehr gut kenne. Und habe dann für mich im Zuge meiner Tätigkeit als Rechtsanwältin, aber wie gesagt, auch dann später bei einer großen persönlichen Herausforderung, ich habe eine Brustkrebs-Erfahrung machen müssen in meinem Leben, für mich verstanden, wie wichtig ein gutes Netzwerk ist. Und deswegen ist einer meiner wichtigsten Antritte jetzt ist, jede Minute ins Networking investiert, ist eine gut investierte Minute. Wundervoll, vielen Dank. Und auch danke dafür, deine Offenheit und Benetzlichkeit, das so zu teilen. Wir haben uns kennengelernt auf der JuraCon, also persönlich. Und da hast du in deinem Workshop erzählt, dass es diese drei Faktoren gibt, die Erfolg irgendwie ausmachen. Also Leistung, das Selbstmarketing und das Netzwerken. Und weil ich mich recht erinnern kann, waren wir alle ziemlich geschockt über die Prozentanzahlen, die dabei rausgekommen sind. Denn es ist mit Studien bewiesen, dass 10 Prozent unseres Erfolges tatsächlich durch die Leistung definiert wird. 30 Prozent das Selbstmarketing und 60 Prozent das Netzwerk. War ich das richtig in Erinnerung? Perfekt. Ich bin sehr zufrieden, was du gehört hast in deinem Workshop. Ja, weil die Zahlen sind halt krass, weil ich glaube, die meisten Menschen denken, Leistung ist irgendwie vielleicht der höchste Faktor. Und wenn ich hier kurz einhaken darf, vor allen Dingen Juristinnen und Juristen denken das, weil wir haben ein sehr leistungsorientiertes Studium. Personal Branding, Selbstmarketing und Networking helfen uns im Examen relativ wenig. Wenn ich eine Nummer bin, also dass der Korrektor, die Korrektorin meine Schrift wiedererkennt und dass dann mein Personal Branding und mein Selbstmarketing dazu führt, dass ich besser bewertet werde, das kann man, finde ich, ausschließen. Und in der mündlichen Prüfung habe ich jetzt auch nicht unbedingt die Person gegenüber sitzen als Prüfer oder Prüferin, zu der ich eine gute Verbindung aufgebaut habe. Das ist anders, wenn ich jetzt eine Bachelor- oder Masterarbeit schreibe oder mein Bruder hat eine Diplomarbeit beschrieben bei dem Professor, mit dem der schon ständig zu tun hatte, bei dem der als studentische Hilfskraft gearbeitet hat und, und, und. Das ist natürlich super ausgegangen für ihn, ne, das andere hätte mich auch gewundert. Der hat schon viel mehr erleben müssen, wie wichtig Personal Branding, Networking und Selbstmarketing ist. Wir Juristen und Juristinnen lernen das in den allermeisten Fällen erst im Berufseinstieg, ne, im Berufsalltag. Und da auf die Leistung zu setzen oder auf das Perfektionieren der eigenen Leistung macht am Ende viel weniger aus, als wenn ich mich klar positioniere, aktiv selbst vermarkte und mein Netzwerk strategisch auf- und ausbaue. Wundervoll. Du hast jetzt gerade quasi direkt schon die Frage beantwortet, die ich im Anschluss gestellt hätte. Und zwar Leistung, da können wir uns halt auch noch was vorstellen. Und auch Selbstmanagement oder Selbstmarketing, sorry, hast du jetzt so ein bisschen dargelegt. Was ist denn, wie würdest du denn jetzt das Netzwerk definieren? Das Netzwerk ist die Außenwirkung, ne, das ist also sozusagen der, idealerweise, man kann es eigentlich, finde ich, ganz gut formulieren mit der gute Ruf, der mir vorauseilt, ne, damit andere positiv über mich sprechen, mich weiterempfehlen, an mich denken, ne, wenn ein bestimmtes Thema aufkommt, wie beispielsweise, ne, eben jetzt bei meiner Person das Thema Networking und der Fokus auf Sichtbarkeit als Expertin, ist es ganz wichtig, dass ich vorher ansetze, ne, also in meiner Hand habe ich zum einen, dass ich strategisch Netzwerke und die richtigen Menschen in meinem Netzwerk habe, aber die tun nichts für mich, wenn die nicht wissen, wofür ich stehe, ne, also was meine Expertise ist, was mich als Persönlichkeit ausmacht. Das heißt, aus meiner Blickrichtung kommt es nicht weniger auf das Branding und Selbstmarketing an, wie auf das Networking, weil die 60% nur etwas, also nur positiv auf mich einzahlen, wenn ich diese 30% Personal Branding und Selbstmarketing, also das Image, das Bild, was ich selber beeinflussen kann in deinem Kopf, wenn ich das angehe, ne, wenn ich also nur sage, ich setze auf die Leistung und ich setze auf das Netzwerk, dann ergibt das zwar rechnerisch 70%, ne, da kann ich mich zurücklehnen, aber dieses 60% Networking mit Fokus auf die Leistung, das wird nicht viel. Vor allem, weil ich sehe es jetzt so, das Netzwerk ist, ne, die Sichtbarkeit, aber womit bin ich sichtbar, ja, man kann ja auch mit einem schlechten Ruf sichtbar sein. Okay, wann? Ja, und wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, bevor ich, also wenn ich empfehle nur Menschen weiter, die ich kenne, ne, also wo ich weiß, was sie, was sie anbieten, wie die persönlich sinnvoll sind, also, wenn ich, ne, und ehe ich jemand Falsches weiter empfehle, empfehle ich niemanden. Ja, weil das ist der Endeffekt auf einen Selbstmacht, richtig, und von daher, hier nochmal der Appell, ne, also es ist ganz wichtig, Personal Branding und Selbstmarketing in den Fokus zu nehmen und ganz besonders eben schon in der Zeit vor dem Berufseinstieg. Also quasi für alle, für die Zielgruppe dieses Podcasts, weil wir alle noch Studierende sind. Okay, bevor wir da reingehen, wie wir das konkret, also wir jetzt konkret umsetzen können, würde mich noch interessieren, du hast es eben kurz angeschnitten, wann hast du für dich gemerkt, dass das Netzwerk so wichtig ist und warum? Also, ich habe es ganz konkret erlebt im Berufsalltag, ne, ich habe, also ich habe studiert, dann habe ich Referendariat gemacht, dann habe ich immer im Ausland gearbeitet, dann habe ich promoviert und dann bin ich sehr gut ausgebildet, also was die Performance betraf, gut ausgestattet in den Berufsalltag gestartet. Und dann habe ich aber erleben müssen, dass, dass Kollegen vor allen Dingen, ne, an mir vorbeigezogen sind, ne, ich sage immer so die Rennpferde. Ich habe auf das Arbeitspferd Leistung gesetzt, das hat auch funktioniert, weil ich hatte natürlich herausfordernde Akten auf meinem Schreibtisch, ne, also der Chef hat schon gesehen, dass ich, dass das mit der Leistung funktioniert, sonst wären diese Stapel von Aktenordnern nicht bei mir gelandet. Aber wenn es darum geht, ne, wen nimmt man zum Mandanten mit, wen empfiehlt man gegebenenfalls für einen Vortrag, ne, wer kann auf kanzleiinternen Veranstaltungen einen Vortrag halten, wer tritt bei Mandantenveranstaltungen vorne auf der Bühne auf, da bin eben nicht als erstes ich gefragt worden. Das ist Personal Branding, das ist Selbstmarketing und das ist Networking. Und ich habe denselben Fehler gemacht wie viele Juristinnen und auch sicher der ein oder andere Jurist. Ich habe auf Leistung gesetzt und auf Performance, ich habe mich weitergebildet, ich habe mich darum gekümmert, dass ich Fachanwältin werde, statt den Fokus darauf zu legen, dass diese Expertise, die ich habe, auch im Außen und damit in den Köpfen der anderen ankommt, ne, damit diese mich weiterempfehlen, mich weitertragen. Und gab es da so einen Schlüsselmoment oder wie bist du dann darauf gekommen, dass es quasi einen anderen Weg geben muss? Ich habe einfach geguckt, ne, was machen die anderen? Was machen die anderen? Wieso stehen die da, wo ich gerne stehen würde und wieso stehe ich da nicht? Ne, und es hat ja nicht an meiner Leistung, an meiner Performance gelegen. Ne, also am Anfang denkt man ja immer, oh, ich bin nicht gut genug. Aber es sind sozusagen Kollegen an mir vorbeigezogen, die weniger qualifiziert waren. Die waren nicht promoviert, die hatten nicht diese, diese Fachexpertise, wie ich sie hatte. Also es konnte nicht an der Leistung liegen. Ne, und dann überlegt man, wo kann es dann doch liegen? Ne, woran kann es liegen? Und dann habe ich einfach geguckt, was machen die anders als ich? Und die haben natürlich, wenn der Chef in der Tür stand und gefragt hat, wie läuft's? Nicht als er kommuniziert, was nicht funktioniert hat, sondern die haben gesagt, hey, Projekt ist super gelaufen. Das, was ich aus dem Austausch mit dem Kollegen wusste, ne, was nicht so richtig funktioniert hat, das hat der Chef nur erfahren, wenn er es wissen musste. Die haben das, sind das für dich, für sich viel strategischer und viel fokussierter angegangen. Und die haben, wenn, ne, wenn es jetzt, das habe ich dann auch beobachtet bei Netzwerkveranstaltungen, wie habe ich reagiert? Ich bin in den Pausen, in der Regel in mein Büro zurückgerannt, weil ich noch irgendwas zu erledigen hatte. Die Kollegen sind im Veranstaltungssetting geblieben, einen Kaffee getrunken, haben Brötchen gegessen und haben sich mit den Mandanten unterhalten. Oder mit den Menschen, die da waren. Und ich bin dann kurz zum Ende der Pause wieder reingeschlüpft, um wieder an der Veranstaltung teilzunehmen. Und habe mich dann gewundert, ne, wenn dann Mandanten auf, und Mandantinnen auf Kollegen zugekommen, zugegangen sind, die, und Fragen hatten, die originär mein Thema betrafen. Ne, wenn die den Kollegen zu kompliziert waren, sind die schon bei mir gelandet. Und dann habe ich gedacht, dieser, dieser Umweg muss nicht sein. Der Mandant kann mich direkt ansprechen. Er landet ja irgendwann so und so bei mir. Und es ist doch viel, viel zielführender für mich und auch für meine Weiterentwicklung im Beruf, wenn, ne, wenn ich dem Chef sagen kann, dass der Mandant auf mich zugekommen ist, als wenn das über den Kollegen gekommen ist. Ja, total einleuchtend und spannend. Vor allem, weil ich da so erkenne, wie scharf deine Wahrnehmung dann da war. Du bist dann in den Beobachtungsmodus gegangen, hast gedacht, okay, was funktioniert nicht und was kann ich konkret umsetzen. Was waren dann so deine, würdest du sagen, ersten Schritte, die du dann angegangen hast, um das Ganze für dich zu transformieren, um jetzt da zu stehen, wo du jetzt stehst? Also für mich war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass Netzwerken ein wichtiger Teil des Arbeitsalltags ist. Also besonders so aus Berufseinsteigerperspektive und auch schon in der jetzigen Situation, also Richtung Examen und dann dem Referendariat, dass ich einfach schaue, wenn immer ich irgendwo unterwegs bin, aus der heutigen Brille betrachte, das habe ich damals nicht gemacht, ich habe nicht zum Mandanten gesagt, hier ist mein Handy, ich gucke mal, ob Sie auf LinkedIn sind, lassen Sie uns doch miteinander vernetzen. Das ist aber sozusagen heute meine Strategie, wenn ich irgendwo auf einer Netzwerkveranstaltung bin, als Examenskandidat, Examenskandidatin habe ich in der Regel noch keine Visitenkarte, aber ich habe ein Handy und ich sollte idealerweise schon ein LinkedIn-Profil haben. Und dann fange ich eben an, da mein Netzwerk auf- und auszubauen. Das heißt, ich nutze das Profil, das ja, wo ich ja noch nicht so viel Expertise reinbringen kann am Anfang, ich nutze das LinkedIn-Profil vor allen Dingen für die Verknüpfung, für die digitale Verknüpfung mit Kontakten, die ich schon persönlich kenne. Jetzt bist du schon ein bisschen tiefer eingestiegen, deswegen baue ich das Netzwerk konkret auf. Vielleicht werden wir nochmal einen Schritt zurücktreten. Die Frage, die sich jetzt vielleicht, wenn man sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat und noch eigentlich eher bei den Häusern gerade so bis zu den Examinern geht und noch gar nicht viel darüber hinaus, woher weiß ich denn, was irgendwie ein gutes Netzwerk ist oder wie finde ich das für mich heraus oder kann ich das jetzt schon wissen und ist das vielleicht etwas, was man sich vorher irgendwie bewusst machen muss, war das Ziel? Das würde ich, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, ich glaube, das kann man in der Zeit noch nicht wissen, was ein gutes Netzwerk ist. Und das werde ich auch von Kolleginnen gefragt und Kollegen, die schon viel im Beruf sind. Ich kann klar sagen, ein gutes Netzwerk kann man nicht beschreiben. Das muss man, wenn ich in einer bestimmten Situation bin beispielsweise, mich beruflich verändern will. Und ich habe die entsprechenden Kontakte. Wenn ich dann nach dem Examen im Praktikum machen will oder im Referendariat eine bestimmte Referendarstation suche und dann Kontakte habe und eben nicht den klassischen Weg gehen muss mit einer Bewerbung, sondern ich kann jemanden ansprechen, der gegebenenfalls meine Bewerbung weiterempfiehlt, der mich persönlich weiterempfiehlt. Also dann weiß ich, dass ich ein gutes Netzwerk habe. Und ich kann es jetzt so aus meiner Perspektive sagen, ich wollte gerne meine Wahlstation im Ausland machen. Wie ich ins Referendariat gegangen bin, wollte ich gerne meine Wahlstation im Ausland machen. Und ich hatte einen speziellen Ort. Ich habe während des Stums eigentlich schon vorher angefangen, Polnisch zu lernen. Ich war in Polen im Studium und ich wollte gerne nach Warschau und habe mich dann in verschiedenen Kanzleien beworben. Und die haben also größere Kanzleien, die halt auch ein Büro oder zumindest Kooperationspartner in Polen hatten. Und da haben mir alle bis auf eine Kanzlei gesagt, ja, kommen Sie zu uns in die Anwaltstation, dann würden wir Sie natürlich auch ins Ausland weiter empfehlen. Ich wollte aber die Anwaltstation nicht bei denen in Deutschland machen, in Anführungsstrichen, um dann von Ihnen ins Ausland empfohlen zu werden. Bei einer Kanzlei hatte ich vorher ein Praktikum gemacht und die kannten mich schon. Dann haben wir gesagt, überhaupt kein Thema. Natürlich empfehlen wir Sie ins Ausland, zu den Kollegen weiter, weil wir kennen Sie schon. Wir können die Qualität Ihrer Arbeit einschätzen. Und das ohne, dass Sie jetzt bei uns nochmal in die Anwaltstation kommen müssen. Also ein Stück gespart. Richtig. Und ich habe mich da nicht offiziell beworben in der Kanzlei in Polen, sondern die haben meine Bewerbungsunterlagen weitergeschickt und haben gesagt, wir hätten hier eine Kandidatin, die bei Ihnen oder bei euch gerne eine Referendarstation machen würde. Wir empfehlen die. Und dann ist sozusagen der zuständige Partner, für den ich dann gearbeitet habe, oder der zuständige Kollege, auf mich zugekommen und hat dann gesagt, ey, lass uns mal die Details klären. Ja. Start ein. Und das weiß ich nicht vorher. Ja, das weiß ich nicht vorher. Von daher kann man, ob das Werk hat oder nicht, das erst wissen, wenn man es braucht. Total einleuchtend. Vor allem gibt es mir so diesen Gedanken gerade, früher war der Ausdruck, ah ja, irgendwie Vitamin B, so was wie ein etwas, das hat man oder hat man nicht. Und das ist einfach so Gott gegeben. Also, ob man jetzt irgendwie Glück hat, irgendwie aus einem Umfeld zu stammen, wo irgendwie ganz viele solche Beziehungen schon stammen. Und so wie du es jetzt erzählst, wird mir klar, und hoffentlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass dieses Vitamin B etwas ist, was ich selbst kreieren kann. Dem stimme ich vollumfänglich zu. Es ist natürlich leichter, wenn ich schon, wenn ich was mitkriege, vom Elternhaus her beispielsweise oder auch vom Arbeitsumfeld beispielsweise oder auch vom, wenn ich mich engagiere beispielsweise in einem bestimmten Netzwerk als Studierende, dann ist es leichter. Aber ansonsten bist du deines Networking-Glückes-Schmied. Ja. Wenn ich jetzt so an Netzwerke denke, die ich so kenne, gibt es ja so Sachen wie Elsa zum Beispiel an der Uni, aber auch, du hast jetzt auch schon Netzwerk-Events angesprochen. Ich habe da auch schon so ein bisschen meine Fühler sich in so reingestreckt. Aber was willst du sagen, ist so ein Forum, was man als Studierende jetzt schon bedienen kann und dann vielleicht schon als Anschlussfrage dran, was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt eher ein schüchterner Mensch bin und irgendwie Angst habe, mich in solche Situationen zu begeben? Also ich kann so aus Studierendenperspektive sehr gut Elsa empfehlen oder die Fachschaft. Ich bin selber als Studentin bei Elsa aktiv gewesen, fand das ein super klasse Netzwerk. Wenn man jetzt so ein bisschen den internationalen Aspekt mag, dann passt Elsa, finde ich, wunderbar. Und die sind auch noch sehr aktiv. Also ich beispielsweise gebe jetzt nächste Woche bei Elsa Frankfurt einen Workshop. Das ist also auch übers Netzwerk entstanden durch eine Networking-Veranstaltung, die ich angeboten habe. Das ist eine Elsa-Teilnehmerin oder ein Elsa-Vorstandsmitglied dort gewesen. Und so kommt dann eins in Anführungsstrichen zum anderen. Für Juristinnen empfehle ich immer sehr, sehr gern den deutschen Juristinnen-Bund. Der funktioniert aber eben nur für die Kolleginnen, nicht für die Kollegen. Und ansonsten einfach mal gucken, was das eigene universitäre Umfeld gibt. Was gibt da ganz viele studentische Initiativen im Bereich Legal Tech? Wenn das so ein Thema ist, was mich interessiert, beispielsweise dann gerne auch da gucken. Also ein bisschen zu gucken, wo sind Menschen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, die mich interessieren. Weil dann ist der zweite Schritt, was du gesagt hast, nicht schwer. Also ich, wenn ich so ein bisschen schüchtern bin, das Thema Smalltalk nicht so eins ist, was mir locker von der Hand geht. Wenn ich weiß, okay, das sind ähnliche, das sind Gleichgesinnte, die interessieren sich für ähnliche Themen beispielsweise. Dann ist auch der erste Anknüpfungspunkt relativ einfach. Nämlich, ich fokussiere mich auf mein Gegenüber und schaue mal, wer die Person so ist, was die so macht, was die so interessiert. Und dann ist es recht leicht, in den Austausch zu kommen. Und dann muss ich einfach nur noch ein bisschen über mich erzählen. Spannend. Also der Gedanke läuft mir total ein, zu sagen, ich bin beim Gegenüber. Dann bin ich erstmal auch nicht so zum Fokus, mache ich jetzt hier irgendwie alles richtig, mache ich jetzt was komisches oder so. Und dann, auch super Tipp, kann ich auch total nachvollziehen, zu sagen, naja, wenn es ein Thema gibt, zum Beispiel, und ist jetzt irgendwie schon voll der Techie, dann sich dort rein zu begeben, weil da hat man automatisch viel zu erzählen. Und fühlt sich automatisch so irgendwie wohl, hat ein Gesprächsthema. Okay. Wenn wir angenommen, wir haben jetzt dieses, wir haben dieses Mindset jetzt verstanden. Wir haben uns ein Netzwerk rausgesucht, wir haben uns auch im Prinzip erholt, um da hinzugehen. Wie halte ich mein Netzwerk quasi, also wie halte ich den Kontakt aufrecht? Weil einmal Erstkontakte reicht ja noch nicht. Du hast eben gesagt, das fand ich auch ganz wichtig, bei der Weiterempfehlung, du empfiehlst jemanden weiter, den du kennst. Wie geht es dann quasi weiter? Also, wenn ich mich für ein bestimmtes Netzwerk entscheide, dann habe ich ja die Möglichkeit, da auf regelmäßig Angebotenen teilzunehmen, also immer wieder auf die Kollegen und Kolleginnen zu treffen oder sonstige Kontakte beispielsweise. Also, das, einfach zu gucken, was bietet mir der Alltag schon. Also, ich beispielsweise gehe eben jetzt regelmäßig auf Netzwerkveranstaltungen, um Kontakte wiederzutreffen, die ich da schon mal getroffen habe. Variante 1. Variante 2 ist, ich verabrede mich gezielt mit Kontakten aus meinem Netzwerk zu solchen Events. Also, ich gehe zum Sommerempfang des DJB-Landesverbandes in Berlin jetzt demnächst und ich habe gezielt einzelne Kontakte aus meinem Netzwerk angesprochen, die im DJB sind oder die noch nicht im DJB sind und gesagt, ey, das ist ein cooles Event, lass uns doch da gemeinsam treffen. Ich nutze also das Event gezielt, um Kontakte wiederzuvertiefen, aber eben auch, um Kontakte zu neu zu knüpfen. Also, meine Ansage ist, für mich ein neuer Kontakt muss sein. Alles klar, verstehe ich. Und es ist auch vielleicht fürs Mindset angenehm zu wissen, wenn ich auf eine große Veranstaltung gehe und ich habe mich vielleicht schon vorher verabredet. Es gibt einem ja auch vielleicht noch so ein Gefühl von Sicherheit. Richtig. Das ist richtig, aber am Anfang habe ich dann den Fehler gemacht. Ich bin auf die Person zugegangen. Ich habe diesen einen Kontakt oder manchmal auch zwei, drei super verdieft. Ich wusste hinterher, in Anführungsstrichen, deren Lebensgeschichte. Ich bin nach Hause gegangen. Das hat auf die Qualität meines Netzwerks eingezahlt, aber nicht auf die Quantität. Und ich finde, man sollte beide Bereiche bedenken. Also Qualität ist die Tiefe und Quantität ist die Breite. Und von daher ist meine Vorgabe heute, ich kann also so viele Kontakte wie möglich vertiefen, sobald ich einen neuen Kontakt geknüpft habe. Oder umgekehrt achte ich darauf, dass ich eben, wie auch immer, in dem Setting noch mindestens einen neuen Kontakt knüpfe. Denn, so aus Netzwerkexpertinensicht gesprochen, nur jeder fünfte neue Kontakt wird einer sein, den ich weiter vertiefe. Das heißt, wenn ich also zukünftig von meinem Netzwerk profitieren will, dann ist es wichtig, dass ich Kontakte vertiefe, aber dass ich auch immer wieder neue Kontakte hinzunehme. Und in dem Bewusstsein, ich muss also fünf knüpfen, damit sich einer von denen mal für mich auszahlt. So aus dem dritten Schritt gedacht gesprochen. Wie würdest du sagen, entscheidest du, oder ist es ein Prozess, der von beiden Seiten automatisch passiert, durchs Leben, welcher dieser fünf Menschen der Kontakt ist, der dann bleibt? Ist das ein bewusster Prozess? Jein. So würde ich das mal formulieren. Das ist nicht unbedingt immer ein bewusster Prozess. Manchmal ist es auch einfach Sympathie, dass man sich sympathisch ist, dass man ähnliche Themen hat beispielsweise. Aber ich schaue immer wieder, was sind für mich Kontakte, denen ich etwas anbieten kann, die ich also gezielt unterstützen kann. Das wäre für mich ein Punkt, wo ich in die Tiefe gehe. Ein weiterer Punkt ist auch zu gucken, was sind Kontakte, die aus meiner Perspektive interessant sind. Also wir haben ja auch nicht nur auf der Jura-Kontaktdaten ausgetauscht, sondern ich bin gleich in die Kontaktvertiefung gegangen und gleich ein bisschen mehr über mich erzählt. Ich habe geguckt, wo sind Verknüpfungspunkte, weil ich gedacht habe, Mensch, Podcast, Gesundjura studieren mit Herz und Verstand, da gehört doch dein Thema auch rein. Also so in der Hinsicht. Also ich gucke immer, wer ist aktuell interessant, weil ich etwas bieten kann oder weil mir diese Person etwas bieten kann oder wer ist jemand mit Potenzial. Und so switche ich und dann die Sympathischen, die sind sozusagen die Dritten. Und das sind Momentaufnahmen. Das sind dann Momentaufnahmen. Das heißt, immer mal wieder zu gucken, wer, wenn ich jetzt ein bestimmtes Projekt habe, wer aus dem Netzwerk könnte dafür interessant sein. Also ich beispielsweise auch sehr regelmäßig Netzwerk-Abende für Juristinnen. Das mache ich an unterschiedlichen Standorten deutschlandweit. Und ich brauche dafür immer eine Kooperationskanzlei, in deren Räumlichkeiten ich meine Networking-Events veranstalte. Und dann habe ich so verschiedene Orte, die ich gerne aufsuchen will. Und ich will immer wieder woanders hin, idealerweise. Und dann gucke ich, ich will jetzt nach München beispielsweise. Oder mein aktuellstes Projekt war im Herbst eine Kanzlei in Köln zu finden. Und dann gucke ich, wen habe ich in meinem Netzwerk? Wer hat gegebenenfalls schon mal Interesse signalisiert, dass er mit mir kooperieren will? Oder wen kann ich dafür gewinnen? Und dann gucke ich und dann fange ich auch irgendwo an, in Anführungsstrichen. Und manchmal habe ich Glück, dass gleich die Erste sagt, cooles Projekt. Und manchmal ist es eben so, dass erst die Zweite oder Dritte sagt, ja, bei uns passt es. Cool. Total nachvollziehbar, weil das quasi, Momentaufnahme hast du gesagt, das ist eben jetzt. Das ist die Frage, was brauche ich jetzt oder in naher Zukunft. Und dann ist es ja auch eine Frage, wohin entwickle ich mich selbst hin? Also mein Netzwerk, dieses, was ist ein gutes Netzwerk, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es sehr abhängig von meinen Bedürfnissen. Richtig. Und den Zielen. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Mietrecht unterwegs bin und da irgendwie Kontakte oder vor allem will ich auch in anderen Rechtsbereichen, die so angrenzen, da macht das total Sinn und braucht dann nicht vielleicht jemanden aus einem ganz anderen Bereich. Richtig. Genau. Und das kann sich ja verändern, ja, vielleicht schlecht gehen nach oben, wechseln die Kanzlei, mein Job oder mein Rechtsgebiet und dann verhindert sich auch die Bedürfnisse meines Netzwerks. Richtig. Und aus studentischer Liebe gesprochen, so mit Blick auf Praktikum überlege ich mir eben, wo will ich mein Praktikum machen? Also, was ist mein Ziel? Oder jetzt sind ja Examenskandidaten und Kandidatinnen, Perspektive Referendariat, wo will ich gegebenenfalls eine Referendariatstation machen? Ich gucke also, was ist mein Ziel? Und dann drösele ich das Ganze in Anführungsstrichen von hinten auf und dann gucke ich einfach, wer in meinem Netzwerk könnte mich dabei unterstützen, mein Ziel zu erreichen. Also, wer ist, wenn ich jetzt mir, ich beispielsweise wollte meine Anwaltstation in einer Kanzlei machen, die an eine Unternehmensberatung angedockt ist. Also, ich habe dann geguckt, wen, damals leider nicht so strategisch, aber heute in Anführungsstrichen, würde ich gucken, wen habe ich schon, der in diesem Kontext unterwegs ist. Oder, wer aus meinem Netzwerk hat Kontakte dahin? Und dann würde ich diese Person gezielt ansprechen und bitten, ob sie mich weiterempfehlen kann. Also, wie ich es ja erzählt habe, wie es mir bei der Wahlstation passiert ist. Ich habe gezielt da diesen Herrn damals angesprochen mit der Bitte, mich weiter zu empfehlen in die Partnerkanzlei, da nach Polen. Und der, der mich schon kannte, hat das auch gemacht. Klar, weil man empfiehlt nur weiter, wie man ihn auch kennt. Und hast du, habe ich das jetzt richtig verstanden, oder würdest du das so sagen, dass jemanden ansprechen zum Weiterempfehlen, weil jetzt mir auch der Gedanke kam, naja, jemanden anzusprechen, der vielleicht in dem Bereich ist, ob der einem jemanden weiterempfehlen kann. Also, ich würde gerne, du hast ja eben gesagt, eine Anwaltsstation, Kanzlei mit Unternehmensberatung, eben anzusprechen, okay, kennt ihr jemanden, den ihr mir empfehlen könnt, wo ich mich mal bewerben kann oder wo wir in Kontakt treten können? Auch so rum, weil das ist ja noch die, quasi ein Schritt davor, die Recherchephase, wenn man gar nicht weiß, wo konkret ich hingehen will. Das funktioniert so rum auch, oder? Richtig, richtig. Ich kann natürlich auch sagen, hast du jemanden in deinem Netzwerk, der in der Kanzlei XY arbeitet, beispielsweise, oder in dem Unternehmen XY, oder auch beim Ministerium XY, und kannst du mich gegebenenfalls mit dieser Person verbinden? Also, das ist ja relativ unkompliziert, ich kann die Person mal anrufen, ich kann auf LinkedIn einfach in der Nachrichtenfunktion so einen Dreierchat machen, und dann kann ich die Person miteinander verknüpfen, und dann ist es wieder meines Networking-Glückes-Schmied, was ich aus diesem Kontakt mache. Um nochmal auf diesen Aspekt zu kommen, dieses Schmied sein. Ich habe die Frage ja so formuliert, du kannst sie aber ganz frei beantworten, wie du das möchtest, aber mich hat so interessiert, gab es vielleicht, ich sag mal, drei Dinge, die du lernen musstest, oder vielleicht auch ablegen musstest, um diesen Weg jetzt zu gehen, um so eine, ich sag mal, krasse Netzwerkerin zu sein, wie du das jetzt bist? Ah ja, ich habe mehr als drei Dinge, aber ich will mal gucken, dass ich mich jetzt auf drei Dinge beschränke. Das erste wichtige Learning, was ich für mich gemacht habe, ist zu gucken, was funktioniert schon gut, also Status Quo finde ich ganz wichtig, immer wieder zu gucken, wo stehe ich gerade, und wenn ich das Ganze rückblicke, was mache ich schon richtig, weil davon kann ich mehr machen. Wir fokussieren uns häufig auf die Dinge, die nicht funktionieren, das ist aber die falsche Blickrichtung, sondern zu gucken, was mache ich schon gut und was fällt mir leicht. Erster Schritt. Zweiter Schritt ist, ein Ziel zu haben, also strategisch zu netzwerken. Und strategisch zu netzwerken kann ich nur, wenn ich mir ein Ziel überlege. Und das muss ich nicht unbedingt erreichen, aber ich bewege mich dann in die Richtung. Das ist so meine Erfahrung. Ich gehe los und es passiert daraufhin ganz viel von dem, was ich nicht alles geplant habe, in Anführungsstrichen. Aber ich habe ein Ziel für mich gesetzt, das finde ich ganz wichtig. Und der dritte wesentliche Schritt, oder das dritte Wichtige Learning war, zu verstehen, dass die Entscheidung, ob ich ein interessanter Kontakt bin, ob ich es wert bin, Teil deines Netzwerks zu sein, Tara, diese Entscheidung überlasse ich dir. Und die treffe ich nicht vorher in meinem Kopf. Das habe ich lange gemacht. Ich habe immer geguckt, kann ich die Person ansprechen beispielsweise, weil ich bin doch noch gar nicht so groß wie die, beispielsweise so Hierarchie-Gedanken. Das könnte ja auch so aus der, in der jetzigen Situation deiner Zuhörerin so ein Punkt sein. Oder stelle ich der Person eine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn? Die kennt mich ja noch gar nicht. Ich bin da mittlerweile frei und sage, ich traue mich. Ich spreche alle an, in Anführungsstrichen. Ich schicke jeder eine Vernetzungsanfrage. Und ob ich in Kontakt bin oder nicht, das entscheidet mein Gegenüber. Das führt dazu, dass ich, es wird nicht jede meiner Anfragen beantwortet und auch nicht jeder auf einer Netzwerkveranstaltung klatscht hinterher in die Hände und sagt, ey cool, Dr. Anja Schäfer ist ein wichtiger Kontakt für mich. Aber das führt auf jeden Fall dazu, dass ich, so aus der digitalen Bubble gesprochen, dass ich 80 Prozent mehr Anfragen stelle, als ich früher gestellt hätte. Und ich kriege, sagen wir mal, 50 bis 60 Prozent bestätigt. Das heißt, so aus der Perspektive der Quantität im Netzwerk mache ich es mir dadurch wesentlich leichter. Und ich habe jetzt noch einen vierten Tipp, nämlich, indem ich immer wieder auch auf Qualität setze. Und da ist der persönliche Austausch ganz wichtig. Also ich finde den dritten Punkt total spannend, weil es auch so aus der Perspektive der Mindset, wo es hier viel darum geht, total den Gedankenschutz macht. Also wenn ich nicht darüber grüble, ob ich jetzt für den anderen guter Kontakt bin, ob ich mich jetzt trauen darf oder nicht, sondern das einfach alles beim anderen lassen. Also weil in Wahrheit ist es ja immer so, bin ich automatisch auch entspannter. Und also jetzt auch vor allem in unserer Position, sag ich mal, wir haben ja noch alles vor uns. Wer weiß, wohin wir uns mehr entwickeln werden. Und das Nein habe ich schon. Das Nein habe ich schon. In der Regel in meinem Kopf, in Anführungsstrichen. Ich kann also nur gewinnen. Ich kann nur gewinnen, wenn ich mich traue. Und dieses Nicht-Trauen ist ja das Nein. Da hat man quasi schon, ohne es probiert zu haben, das Nein. Und auch wenn man ein Nein bekommt, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, wenn man sich getraut hat, dann hat man davon auch schon manchmal so ein Hai und freut sich so und so stolz auf sich sein, dass es das Ja fast gar nicht braucht. Ja, das Leben gibt uns ja mehrere Chancen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal dir wieder begegne, kann ich einen neuen Versuch wagen. Kann ich sagen, okay, das erlebe ich jetzt teilweise, wenn ich habe jetzt auf einer Karrieremesse hier in Berlin eine Person angesprochen, da habe ich irgendwie vor zwei Jahren mal eine Vernetzungsanfrage gestellt. Ist nichts passiert auf LinkedIn. Und jetzt habe ich die persönlich getragen, habe gesagt, lassen Sie uns. Ich bin auf LinkedIn gegangen, habe gesehen, wir sind noch nebeneinander vernetzt. Jetzt habe ich wieder drauf geklickt und jetzt ist die Dame in mein Portfolio oder in mein Netzwerk gekommen. Also sich da einfach trauen und. Und es auch nicht persönlich nehmen. Das, glaube ich, ist in dem Kontext auch wichtig. Also das war für mich einfach so eine schwierige Herausforderung. Okay, was ist jetzt, ist jetzt irgendwie beruflicher Kontext, aber ich bin ja trotzdem ich und Netzwerken ist irgendwie auch persönlich. Und wo ist man da eine Grenze und wo, also weil, dass ich zum Beispiel mit Menschen wirklich echte Sympathie habe, liegt ja an meiner Persönlichkeit. Das ist ja, das ist etwas, was irgendwie so oft auf der emotionalen Ebene auch passiert. Aber gleichzeitig ein Nein eben auch nicht persönlich zu nehmen, um diesen, sagen wir mal, professionellen Kontext auch wahren zu können. Oder? Richtig, richtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe auch für mich verstanden, dass es nicht auf die Menschen ankommen, dass es nicht auf die Menschen ankommt, die, ich sage es immer so ein bisschen spielerisch oder bildlich, die nicht mit mir schwingen. Also es kommt auf die Menschen an, die, die, die mit mir schwingen und die anderen, die, das ist etwas, was man, aber finde ich auch erst, was ich erst im Verlauf meines Berufslebens gelernt habe, die sind wichtig. Der Rest ist eigentlich. Der schwingt ja sowieso nicht mit einem. Da kann ich auch woanders nicht mit einem schwingen. Ja. Jetzt noch eine weitere, ganz offene Frage, jetzt so frei an dich. Wie würdest du Erfolg definieren? Also aus Netzwerk, Networking-Perspektive hat Erfolg, ich übersetze Erfolg immer sehr gern mit T-U-N, mit Tun. Wir wissen ganz viel, ne? Also wir wissen ganz viel in Punkto Networking, das ist so meine Erfahrung, es liegt nicht am mangelnden Wissen, sondern es liegt häufig an dem sich Bewusstsein für bestimmte Dinge und dann in die Umsetzung zu gehen. Also das ist für mich, Erfolg bedeutet für mich, Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren, zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht, Dinge zu verändern, zu optimieren und einfach einmal mehr aufstehen, wenn man gescheitert ist als, ne? Okay, das heißt, einfach dieses im Prozess sein, aktiv sein, ist immer wieder ein Versuch, ne? Wenn du dich in deinem Netzwerk umschaust heute, was für zu sagen sind JuristInnen oder Qualitäten und Eigenschaften, die JuristInnen heute erfolgreich machen? So pauschal würde ich diese Frage gar nicht beantworten wollen, ne? Also, sondern ich würde gucken, Persönlichkeit ist ja etwas sehr Individuelles, ne? Also, wichtig ist, dass ich mir bewusst bin, dass es beim Netzwerkerfolg nicht vorrangig auf die Expertise ankommt, weil die findet man auch an anderen Stellen, sondern auch die Persönlichkeit, ne? Also, und sich bewusst zu machen, dass das Wissen, was ich mitbringe als JuristIn kopierbar ist. Also, jeder kann sich in meine Themen einarbeiten, ne? Also, jeder kann sich dieses oder jenes Wissen anlernen. Meine Persönlichkeit ist nicht kopierbar und wenn es mir gelingt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Verständnis oder Qualitäten einzugehen, wenn es mir gelingt, diese Verknüpfung hinzukriegen zwischen dem Wissen, was ich mitbringe und das wird ja im Laufe des Berufslebens immer mehr und meiner Persönlichkeit, dann kann ich nur gewinnen, ne? Dann kann ich nur gewinnen, denn wir sind Menschen, wir verbinden uns mit Menschen. Also, ich habe es immer erlebt, wenn ich mich irgendwo beruflich, also beworben habe, ne, beim Berufseinstieg und auch später, wie ich überlegt habe, darüber nachgedacht habe, mich selbstständig zu machen, bin ich nochmal, wollte mich örtlich verändern, aus NRW nach Berlin gehen, habe mich dann in Berliner Kanzleien beworben und habe für mich verstanden, ne? Also, ich hatte mehrere Jobangebote und da hat nicht die Kompetenz den Ausschlag gegeben, sondern immer die Persönlichkeit. Also, wenn ich mir meine persönlichen Qualitäten bewusst bin, dann kann ich die in jedem Bewerbungsgespräch ausspielen, dann kann ich die in jedem Setting für mich nutzen und dann bin, mache ich mich damit unverwechselbar. Wunderbar. Und das passt, also ich finde, was mich gerade so einleuchtend war, die Kopierbarkeit von Wissen, dass es das enorm und gleichzeitig ist, hast du eben gesagt, das finde ich auch richtig wichtig und gut, zu schauen, was mache ich schon richtig, was ist der Status Quo? Und quasi, das ist ja auch Teil der Persönlichkeit, wo es individuell ist. Der eine ist irgendwie, das fällt mir jetzt immer ein, weil das so ein guter Kontrast zu mir ist, jemand, der total toll mit Details ist, total präzise. Ja, das irgendwie, das schon immer als natürlichen Hang irgendwie hat, weil ich eher so eine introvertierte Person und bei mir wäre es auf jeden Fall eher so dieses Rampensau-Ding, erstmal raus und so. Das weiß ich, das kann ich, also mache ich das auch und da eigentlich zu schauen, okay, was kann ich gut, das ist halt bei jedem was anderes. Richtig. Und das ist ganz wichtig zu wissen, ne? So aus Personal Branding-Sicht, was ist meine Expertise? Was? Wie bin ich als Person? Das sind meine persönlichen Qualitäten, das ist meine Persönlichkeit. Und der dritte Punkt, über den ich auf jeden Fall nachdenken sollte, ist nämlich das Warum. Was motiviert mich? Und nur das zusammen, das ist der sogenannte goldene Kreis des Personal Branding-Sicht, ne? Also wir gehen von außen nach innen, außen ist was, dann kommt wie und in der Mitte ist das Warum. Das sollte ich mir klar machen, weil ich dann für mich eigentlich so das ideale Setting finde. Und was davon nicht stimmt, dann hakt es in allen dreien Bereichen. Einleuchten und ich finde es geil, wie präzise Pam, 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 du zu allen Fragen, Konzepte und Bilder hast. Naja, das macht einfach die Erfahrung. Ich habe mich ja nicht sozusagen erst gestern mit diesem Thema beschäftigt. Und ich freue mich immer, wenn ich sozusagen das Wissen, was ich für mich verstanden habe und was auch wirklich funktioniert, teilen kann. Also ich habe mich zu Examenszeiten nicht mit solchen Fragen beschäftigt. Also das gab es damals auch nicht. Aber ich habe mich für diese Themen nicht interessiert, sondern ich habe auch bei meinen ersten Schritten im Berufsleben ausschließlich auf Leistung gesetzt. Und das ist eben, also jetzt auch nochmal so, ich sag mal, gesundheitlichen Perspektive. Ich habe auch früher eigentlich nur auf Leistung gesetzt und bin total, also ich würde sagen, zweimal knapp Burnout schon hinter mir sozusagen. Und musste da einfach aus gesundheitlichen Gründen umschwenken. Und sowas wie zum Beispiel der Podcast ist für mich ja eine riesen Netzwerk Chance. Und gleichzeitig, und das hätte ich nie gedacht, aber es ist wirklich, wirklich wahr, diese Gespräche zu führen macht mir ja einen Riesenspaß. Und der Menschen Connect macht mir einen Riesenspaß. Und es ist wesentlich entspannter als das reine Lernen. Und ich nehme aber so viel mit, also auch fürs Lernen, auch für meine Leistung, an Strategie oder also auch an Kontakten. Aber vor allem dieses, es ist auch für die Seele und fürs Sein doch so schön zu sehen, dass man auch Erfolg haben kann. Und das nicht alles nur durch harte Arbeit, sondern auch durch ein total schönes, man kommt zusammen und der Held sich entstehen kann. Richtig, dem ist so. Ich will allerdings hier noch einen Satz loswerden. Ohne Leistung, ohne Performance geht es natürlich nicht. Also, und besonders für uns Juristen und Juristinnen, wo ja so viel auf das Examen gesetzt wird. Also, wenn ich jetzt so Kanzleien sehe, beispielsweise, oder auch öffentliche Arbeitgeber, wo immer vom Prädikatsexamen gesprochen wird und, und, und. Ohne geht es nicht. Aber, wenn ich in der Tür schon drin bin, durch ein Praktikum, durch Netzwerkkontakte, dann ist das Examen nicht alles, worauf geguckt wird. Wenn ich allerdings noch davor stehe, dann ist es, würde ich sagen, ein nicht unerheblicher Schlüssel. Definitiv. Und das ist, glaube ich, auch, und ich glaube, sonst dürfte man das auch nicht machen. Also, wer nicht Bock hat, es zu leisten, der ist dann, glaube ich, in diesem ganzen Feld zu einem gewissen Teil auch vielleicht nicht ganz richtig. Ja, oder er muss sich gut verkaufen können. Also, er muss andere Qualitäten haben, er muss andere Dinge sozusagen gut verkaufen können. Und er muss natürlich noch viel, viel mehr aufs Netzwerk setzen. Gibt es so etwas wie absolute, ich sage mal, Netzwerk-No-Gos? Ja, gibt es. Gibt es. Also, ich rede nur über mich. Ich interessiere mich nicht für mein Gegenüber. Ist für mich ein Netzwerk-No-Go. Dann auch, bevor ich, und ein weiteres Netzwerk-No-Go ist, zu nehmen. Also, ich gucke, was haben meine Kontakte zu bieten. Ich lasse mich ständig weiterempfehlen und empfehle nicht andere. So was. Also, der wichtigste Grundsatz beim Netzwerken ist, geben und dann nehmen. Und ich drehe das Ganze nicht für mich rum und nehme und nehme und nehme. Also, sozusagen bin Energieräuber, Kontakträuber, wie auch immer. Da werde ich auch nicht gut kommen. Wenn ich allerdings nur gebe und gar nicht nehme, dann ist das ein Fehler, der sich bei mir auswirkt. Ja. Also, eine Balance. Richtig. Eine Balance finde ich immer ganz wichtig. Und auch eine Balance im Austausch. Also, ich interessiere mich für mein Gegenüber. Ich erzähle aber eben auch was über mich. Jetzt bist du auch Spezialistin für Female Leadership. Und da würde mich jetzt noch interessieren, welche Herausforderungen sind es denn, denen vor allem Frauen in der juristischen Berufswelt begegnen? Und warum? Und so ein bisschen, was können wir vielleicht auch schon präventiv tun? Also, so als Frauen, als Studierende, als Juristinnen angehende Juristinnen, denen zu begegnen? Richtig. Also, ein wichtiger Punkt ist, dass ich mir bewusst mache, dass meine Leistung nicht automatisch fürs Image sorgt. Also, der Chef muss doch sehen, dass ich das gut mache. Der muss mich doch weiter empfehlen. Der Chef muss doch, ne? Also, der Chef muss mein, oder die Chefin muss mein Marketing machen. Nein, eine gute Leistung sorgt nicht automatisch für das entsprechende Image, sondern das ist mein Job. Network, also Personal Branding und Selbstmarketing, das ist meins. Das ist ein wichtiger Punkt, wo wir Frauen Potenzial haben. Der zweite wichtige Punkt ist das Thema, das für sich strategisch anzugehen und sich Ziele zu setzen. Das ist etwas, was ich auch immer häufiger bei jungen Kolleginnen oder immer, oder häufig bei jungen Kolleginnen erlebe, so nach der Devise, ich fange halt einfach mal an. Und in der Regel ergibt sich eine berufliche Weiterentwicklung oder Karriere, finde ich, nicht von allein. Und die Jungs sind da deutlich strategischer unterwegs. Das höre ich auch von Kolleginnen, die Bewerbungsgespräche führen, wenn die fragen, wie sehen Sie Ihre Perspektiven hier in dem Arbeitsumfeld. Da sind die Herren mit einer Idee unterwegs. Und mich hätte man damals kalt erwischt, aus meiner Perspektive. Ich habe vielleicht so überlegt, was könnte im nächsten Jahr passieren. Aber eine 3- oder 5-Jahres-Perspektive hatte ich nicht. Und dass es aber wichtig ist, so eine Perspektive zu haben, um in diesem Kanzlei-Setting beispielsweise voranzukommen, finde ich ganz wichtig. Und zwar unabhängig davon, ob die dann tatsächlich auch so ausgeht. Was glaubst du, woran liegt das, dass die Frauen das weniger haben oder machen? Das kann ich gar nicht so sagen, sich vielleicht zu früh festlegen zu müssen, wobei ich mich ja damit gar nicht festlege. Also das finde ich immer ganz wichtig. Und das ist eine Erfahrung, die mir, die meine Brustkrebs-Krankheit mitgegeben hat, nämlich wenn nichts sicher ist, ist alles möglich. Und im Berufsleben ist ja auch nichts sicher. Also ob ich, wenn ich einsteige, in dieser Kanzlei Partnerin werde oder nicht, das ist mir sicher. Aber ich kann mir das vorstellen und ich kann das kommunizieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das erlebe ich auch von den Kolleginnen, die dann das zu einem späteren Zeitpunkt für sich feststellen müssen, dass sie das für sich strategisch schlecht oder falsch angegangen sind. Weil eben der Kollege, der deutlich weniger Berufserfahrung hat, deutlich kurzer im Anwaltsberuf ist, jetzt eben befördert wird und man selber nicht. Und das liegt nicht an der Leistung. Das finde ich so einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das eigene Netzwerk auch für sich nutzen zu wissen. Also nicht zu nehmen, sondern auch zu nehmen. Das ist auch etwas, was Statistiken immer wieder sagen, wir Frauen haben das größere Netzwerk, aber wir nutzen es nicht so zielführend. Also das auch. Und ein letzter wichtiger Punkt, Networking ist ein wichtiger Teil des Arbeitsalltages und kein Freizeitvergnügen. Also diese Selbstverständlichkeit, wie du im privaten Kontext netzwerkst, die einfach auch mit in das Berufsleben zu nehmen. Jungs machen es ohnehin anders, so in der Hinsicht. Also wenn ich jetzt so meinen alten Chef sehe, der hat regelmäßig Freitagnachmittag auf dem Tennisplatz gestanden. Und das war aus meiner Perspektive lange Freizeitvergnügen. Nee, war es nicht, sondern das war Business. Klar hat der gespielt mit Kontakten aus seinem Netzwerk, hat sich da sportlich betätigt, hat hinterher mit denen noch zusammengesessen. Aber der hat diese Kombi von Expertise und Persönlichkeit da wunderbar gespielt und hat sein Netzwerk qualitativ weiterentwickelt und das war Business. Und sich das auch zu erlauben, zu sagen, das ist jetzt ein Freitagnachmittag, das ist nicht abends, das ist Nachmittag. Ja, und selbst wenn das abends gewesen wäre, oder so, immer wieder zu gucken, wie kann ich Netzwerken zur Priorität machen? Wie kann ich das zur Priorität machen? Weil es ist in den allermeisten Fällen zwar wichtig, aber nicht dringend. Und wir haben ganz viele dringende Sachen auf unserem Schreibtisch, die gegebenenfalls nicht so wichtig sind. Und da immer wieder zu gucken, was ist jetzt eine wichtige Priorität? Und wenn ich meine Ziele leicht und schnell erreichen will, dann geht es am besten mit anderen. Und dafür muss ich einfach auch eine entsprechende Zeit ins Netzwerken investieren. Ich fand den Aspekt, den will ich noch kurz herausstellen, der hast du eben kurz gesagt, noch total wichtig, warum wir Frauen das so machen, dieses sich nicht zu früh festlegen wollen, das ist für mich auch total einleuchtend. Und so wie du das aber jetzt gerade beschrieben hast, kam mir der Gedanke, das ist ja ein Stück weit, ich kann ja mir ein Ziel setzen, nicht auf den Weg machen, mein Netzwerk machen. Und dann merke ich irgendwann, ich habe eine Erfahrung, merke ich so, boah, ich will jetzt in eine ganz andere Richtung, aber den Weg, den ich bis dahin gegangen bin, bin ich ja trotzdem gegangen. Und man kann es ja auch bewusst machen, Ziele verändern zum Beispiel. Ja, richtig. Der Weg ist das Ziel. Also ich muss mal den schönen Satz, der ist bestimmt von irgendeinem asiatischen Konfuzius und Co. Also der Weg ist das Ziel und sich auch zu erlauben zu sagen, was interessiert mich mein Schnee von gestern, ich entscheide mich heute neu und ich passe das an, und ich optimiere, ich nehme mir jetzt ein neues Ziel hinzu. Ja, das finde ich ganz wichtig. Und, das ist jetzt mein letzter Tipp, in Anführungsstrichen, ich hätte noch viel, viel mehr, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Das finde ich auch immer noch ganz wichtig. Also wenn ich gewinnen will beim Vergleichen, dann vergleiche ich mich mit mir früher. Und dann sehe ich, was ich geschafft habe, was ich erreicht habe. Und ich habe schon Vorbilder, aber ich vergleiche mich mit denen nicht, weil die sind ja nicht in meinem Moment, in der Hinsicht, sondern wenn ich mich mit denen vergleiche, dann fühle ich mich einfach nur schlecht. Wenn ich mich mit mir vergleiche und denke, wow, was habe ich erreicht, dann kann ich eigentlich nur so da sitzen. Ja, genau so. Wundervoll. Vielen, vielen lieben Dank, Anja, für diese geballte Information. Ich bin richtig happy, dass wir in dieser eine Stunde so viel Netzwerkwissen, deine Expektise hier reinpacken konnten. Und also, dann stelle ich dir jetzt mal eine Abschlussfrage, die ich einmal im Podcast-Gästen stelle. Und zwar, wenn du dich mal zurückerinnerst an die Anja, die ihr Studium begonnen hat im ersten Semester, magst du mal sagen, wie viele Jahre das ungefähr her ist? Also, das sind jetzt 30, nächstes Jahr sind es 30 Jahre. Also, wenn du an die Anja von vor 30 Jahren zurückdenkst und die siehst, so wie sie drauf war, mit ihren vielleicht auch engsten Unsicherheiten oder auch ihren Stärken und ihrem Potenzial, was wäre aus deiner heutigen Perspektive ein Rat, den du ihr mit auf den Weg geben würdest? Also, wenn ich heute zurückschauen würde und was ich mitgeben würde, ist auf jeden Fall, du bist deines Lebensglückes Schmied, das würde ich auf jeden Fall gerne mitgeben. Und dass es auf dich ankommt, dass es auf dich ankommt, dass du vieles selber in der Hand hast und dass du alles mitbringst, dass du schon alles dabei hast, schon alles mitbringst für die Herausforderungen, die dir das Leben später stellen wird und die, die du dir nicht immer aussuchen kannst. Du schaffst es. Dankeschön. Und ich drehe dann gerne die Frage auch immer noch mal um. Und zwar, wenn ich fragen werde, wie alt bist du heute? Ich bin jetzt 49. Ich werde 49, stimmt gar nicht. Ich werde 49. Okay, wenn wir uns mal vorstellen, wir gehen jetzt mal 30 Jahre in die Zukunft und wir schauen uns die 79-Jährige Anja an, die ihren Lebensweg gegangen ist und total in ihrer Kraft steht und vielleicht auch all die Dinge noch verwirklicht hat, die dir so vorschrieben. Wenn die jetzt dir heute einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg geben könnte, was wäre das? Der ist recht einfach. Gesund sein und bleiben. Danke. Vielen Dank. Ja, das stelle ich am Ende. Der Rest ergibt sich. Vielen Dank. Ja, das berührt mich auch jetzt. Das ist so. Also ich hätte dir vor, meine Krebserkrankung ist jetzt, im Oktober sind es fünf Jahre, dass ich die Diagnose bekommen habe, da hätte ich dir anderes gesagt. Aber das hat sich um 360 Grad verändert. Ich habe für mich verstanden, dass nicht viel möglich ist, wenn man nicht gesund ist. Und so eine Krebserkrankung ist ja eine Situation, die einen die gefühlte Sicherheit übers Leben wegnimmt, die es ja tatsächlich nicht gegeben hat. Von daher, ich schaffe alles unter der Voraussetzung, ich bin und bleibe gesund. Danke. Für alle, die jetzt richtig heiß sind und die jetzt richtig spinnen, okay, ich würde gerne mehr von Anja, von ihrem Wissen profitieren. Hast du, wenn die Folge heute online geht, morgen ein Event? Magst du mal kurz erzählen? Wir willen das wissen, was es da gibt. Also ich habe zwei Dinge, auf die ich hier gerne hinweisen will. Zum einen mein neues Power-Workshop-Training, wie du als Juristin Karriere machst. Das ist ein Angebot, was sich ausschließlich an Juristinnen richtet. Also, liebe Jungs, das ist leider nichts für euch. Das ist, da teile ich meine Tools und Tipps und Strategien in puncto Personal Branding, Selbstmarketing, Networking, weil das sind die Voraussetzungen, um Karriere zu machen. Kann man sich kostenfrei anmelden. Einfach auf meine Webseite gehen unter www.anja-schäfer.eu slash karriere. Kurz eintragen, E-Mail-Adresse geben und dann kriegst du noch die entsprechenden Infos und kannst morgen, das Ganze ist vom 27. bis 29. Juni, immer von 8 bis 9 Uhr, kannst also morgen schon live dabei sein. Das Zweite, was ich hier an der Stelle unbedingt teilen will, ist mein Podcast. Der heißt Juristinnen für Netzwerken. Der ist offen für alle. Also das kann man sich auch als Jurist anhören, wird sicher von den einen oder anderen Tipps etwas lernen. Einer meiner großen Fans ist mein Bruder, der hört ihn auch regelmäßig. Der ist kein Jurist und der kann auch was für sich mitnehmen. Von daher ist das eine Einladung, da einfach mal zu schauen. Wird sicher auch von dir verlinkt. Ansonsten auf meiner Webseite unter www.anja-schäfer.eu slash podcast findet man die Dinge. Alle Folgen. Wunderbar. Ja, genau. Also wenn ihr jetzt hier, egal welcher Plattform, wie ihr unterwegs seid, in den Show Notes, findet ihr alle Links auch zu dem Workshop, zu Anja und auch zu dem Podcast. Und ja, da bleibt mir jetzt nur... Letzte Sache. Ich bin natürlich auf LinkedIn. Also wer das jetzt noch nicht verstanden hat, will ich es hier nochmal sagen. Da bin ich einfach zu finden und mir gerne da eine Vernetzungsanfrage stellen. Da freue ich mich drüber. Und ich heiße Juristen und Juristinnen sehr gern in meinem Netzwerk willkommen. Also ich werde die auf jeden Fall bestätigen. Und wenn ihr von hier vom Podcast kommt, dann schreibt liebe Grüße, ihr kommt vom Fili-Hart-Sexam-Podcast. Genau. Genau, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur, dir von Herzen zu danken dafür, dass du deine Lebenserfahrung im Beruf jetzt so, also einmal so stark analysiert und ausgewertet hast und da dieses wundervolle Feld des Netzwerks, des viel mehr Leaderships und dieses ganz viel brisantes Wissen, das wie so Schlüsse fungiert, um die eigene Leistung irgendwie an die Stelle zu bringen, wo sie eben halt auch sichtbar ist und auch wirklich Kraft entfalten kann. Also da erstmal ein riesiges Dankeschön und auch Dankeschön, dass du dein Wissen so bereit wie du hier im Podcast mit uns geteilt hast und da, dass wir jetzt in Kontakt sind und ich freue mich dann wirklich sehr, da in Zukunft noch weiter zu schauen, was sich da vielleicht ergeben kann und wie auch dieses Wissen Juristinnen mehr in die Kraft bringt, und ja, sich auch noch mehr Führungskräfte, also Positionen zu belegen und mehr Selbstbewusstsein, mehr Stärke und da so in die Welt zu gehen. Also vielen Dank, Viviane. Also, let's network! Yes! Dankeschön! So, und das war's auch schon mit dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz wundervolle Woche, viel Erfolg und Freude bei allem, was du tust. Und ich möchte jetzt hier einmal den Aufruf starten, wenn du Teil dieses Podcasts sein möchtest, wenn du deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse, dein Weg des Jurastudienstes, des achtsamen, gesunden Jurastudienstes, und dafür musst du noch nicht Examen geschrieben haben, du kannst auch ganz am Anfang stehen, wichtig ist nur, dass du eine Geschichte hast, die du gerne teilen möchtest. Wenn du jetzt in dir den Ruf hörst und denkst, wow, ich habe total Lust, anderen Leuten, anderen Studierenden auch eine Inspiration zu sein, teilen, was du gelernt hast, ja, dann schreib mir einfach eine Mail an gesundjurastudieren.gmail.com und erzähl mir dort, warum du Teil der Folge einer Folge sein möchtest. Und ansonsten können wir gerne connecten über Instagram. Dort findest du alles zum Podcast unter Prädikatsexamen, Prädikat mit A-E und zwischen Prädikat und Examen ein Unterstrich. Und da habe ich auch wie immer ein Post zu dieser Folge. Da kannst du mir gerne deine Gedanken da lassen. Und genau, damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles Liebe und bis bald!